Dieses zu veräußernde gut gepflegte Sechszimmer-Ein-Familienhaus steht im Kreis Rosenheim. Das im Jahr 1979 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und zwei Parkplätze. Es hat zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 709 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 540.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal.